Musik Was ist denn unser Thema heute, Anna? Also wie kann man das beschreiben? Die Motte, ne? Vom Kokon zur wunderschönen Motte. Musik Hi, hi, hi. Ich heiße Anna oder AJ und ich mache Make-up und ich freue mich wirklich sehr über diese Metamorphose, die wir heute kreieren oder umwandeln mit verschiedenen Looks, die eben die Inspiration von einer Motte haben, das heisst, es ist schon etwas Tieferes, ein bisschen eintauchen in die Unterwelt und das macht mega Spass. Musik 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 So, hi everybody, my name is Stefan Kokovic, I'm a fashion photographer and today we're doing a very cool fashion shooting with my favorite Tom or Conchita, however you guys want. It's a very different and cool concept of fashion photography because I want to present a very interesting story of a development of a moth, so from a cocoon to a fully grown developed butterfly. So, I'll see you next time. Thank you.